Irgendwie kann ich's machen wie ich will, das ist nicht gut. Welchen Rohr? Wie gibt's denn solche Namen? Das hier sieht wie eine verlassene Gegend aus. Nee, das ist aber nicht. Jura, Bern... Ich dachte eigentlich das sei einfacher. Das darf wirklich keine Strasse nix sein. Kein Pokestop nix. Das sieht gut aus, das sieht sogar sehr gut aus. Diese Strasse hier, quer durch. Jaaa... Krabi? Hi Krabi! Wie geht's denn uns heute? Wieso verschwinden die immer? Also Shigi hätte ich jetzt wirklich... Mit Eboli hätte ich jetzt wirklich was gereissen können. Äh, da hab ich schon nix gerissen hier, aber... So gut... Ich weiß ja nicht was ich jetzt noch tun soll. Tü 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 tü... Ich bin der Ben, ich stehe im Wald, es ist nix los mit dem Rauch. Schon nach kurzer Zeit kommen hier seltene Pokémon. Pfff... Kickli... Nocchan... Kangama... Lapras... Ja, Lapras im Waldir nicht. Was sind denn seltene Pflanzen-Pokémon? Ich glaube für die Grössen bin ich noch zu schwach. Vielleicht geht es halt nix. Weil ich zu wenig Level habe. Mein Level sollte auch keine Rolle spielen. Kein Pokémon in sich, keine Strassen, keine Pokestops... Und trotzdem... Aber wisst ihr was wir jetzt machen? Wir gehen zurück nach Bern. Ernsthaft. Dort wollte ich euch nämlich so vieles zeigen wie nur möglich. Wir gehen jetzt mal nach Bern. Dort habe ich euch nämlich vieles nicht zeigen können. So... Ja, Kappador habe ich selbst ja auch. Und wenn wir schon dabei sind... Items... Nein, Pokéball... Pokémon! Ah, Mann! Eier brüten noch mal. Es ist noch lange nicht so weit. Ausbrüten... Haben wir hier viele. Das wäre auch wichtig. Die Eier schön ausbrüten. Das geben wir schön Punkte. So... Das dauert natürlich jetzt ne Weile. Und noch ein Kappador. Mit dem Curveball. Was geht's jetzt? Da bin ich langsam gebannt wieder, ne? Bin ja auch selber schuld. Das ist der Kindi-Fresserbund. So sieht er also sind. Babys, die der frisst. Statue wieder drauf. Ja! Ganz ehrlich. Das ist so. So, ich vergrössere hier mal wieder den... So sieht das besser aus. Ein bisschen mehr noch. Ja. So war's doch. So hat man's doch mal. Da ist er kleiner. Da ist er kleiner. Ja, so. Gut. Dann gehen wir mal zu dem. Mal sehen. Mal sehen, ob der Pokestop aktivierbar ist. Aha. Alles klar. Ja. Deshalb kann ich nichts fragen. Er klatscht zu viel im Zeug herum. Gehe ich jetzt aber nochmal da. Was haben wir sonst noch hier? Das Kornhaus. Schön. Was haben wir hier? Rudolf und Erlach Denkmal. Auch schön. Was haben wir noch? Stadttheater. Dachfensters. Typisch. Ja, der Name Dachfensters. Was haben wir hier? Alten Bergsteg. Okay. 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 Und da hinten? Hole on the Cornhouse Bridge. Gut. Was soll ich sagen? Äh, falsche Richtung. Ah, Ben geht in die falsche Richtung. Ja, ich weiss. So. Ich weiss jetzt, Jens Ibizentum lieber. Black Bear. Geht's jetzt wieder? Nein. Ein Raupi. Ein Radfratz. Ach komm, ich habe eh gerade viele Belli. Tio. Versuchen wir was mit Curveball. Vielleicht geht's ja. Oder auch nicht. Nein. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich bin noch gebrannt. Was ist denn du? Tagosu? Hi Tagosu. Was soll ich ihm vielleicht für Abtia? Superball. Fiberi. 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 Was hab ich noch nicht? Immer noch nicht, wenn ich so weitermach. Und tschüss. Tja, wenn man gebannt ist, ist man gebannt. Immer noch gebannt. Da. Ja. Was haben die eigentlich so in der Arena zu bieten? Hier. Ah. Aber irgendwie stärker. So. Kann ich wenigstens einen Raupi fangen? Und? Nein. Und tschüss. Ich fühl mich ja nur bis ein Getiss vom Spiel. Ich kann dich eh nicht fangen. Aber nur als reiner Brosei versuche ich's. Brosei mir selbst gegenüber. Und tschüss. Tja. Alle heute werden's freuen. Nur weil ich den dunkelsten Wald der Welt gesucht hab. Tschüss. 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 Ich möchte wieder mal was tun. Hallo. In ein paar Minuten ist es wieder aufgehoben. Nehm ich mal an. Nehme ich ernsthaft mal an. Und sonst. Sonst. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Hallo. Hallo. Geht doch. Und? Geht nicht. Geht gar nicht. Aha. Ja. Tja. Was ist ein Pokémon ey? Was misst die in der Nähe? War klar. Das war noch mehr klar. Kurz okay. Brauche ich wenigstens ein bisschen die. Ey. Unibibliothek Brunnen. Schön. Nein. Ich kann dich nicht fangen. Ich bin zu blöd. Weisst du was? Ich geh jetzt ein bisschen an den Ufer. Haben wir auch einen Ufer? Ah hier ist er. Oder ich hab Wasser in der Nähe. Okay. Ja. War was? Ein Mauzi. Hallo. Hallo Mauzi. Ja. Das war jetzt nichts. Bitte. Bitte, 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 bitte. Wenn mein Haar gebannt ist, dann kleidet er nicht mal ein Pokémon. Ich freu mich nicht aus, wieso ich mir überhaupt die Mühe mache. Ich freu mich langsam echt. Casino. Mal müssen Zeit ziehen tun, ne? Tut mir leidere. Mann, hier sind wirklich... Wie viele kommen dann erst hier? Am Ufer? Mal sehen. Ich wollte euch in die andere Richtung. Ein... Tauburger. Mal sehen, was wir zwei miteinander anstellen können, ne? Blöde Wuchtel! Zu dieser Part ist wirklich ein wenig Ausserspessen nix gewesen, ne? Ich wollte euch zu diesem Poppistop da... Zu dem... Moment, das geht dir. Ne, hier! Hier! Wo denn jetzt? Doch! Doch, doch! Aha! Schön! So, ich schau mir jetzt alle Pokémon an, die ich eh nicht fangen kann, weil ich so blöd bin. Ich wette, in sieben Minuten hört... In sieben Minuten bin ich nicht mehr geblockt. Das wette ich so hart. Ah, Mann, ich will aber nicht im Wasser bleiben. Die kommen ja eh von überall, wenn ich... Rauch hab, und wenn... Die da sind, die kommen ja eh von überall her, also... Besser ein bisschen das Ei brüten. Doch, na. Die Mitte da vielleicht. Das ist... Das ist... Ja. 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 Misty ist in der Nähe. Das kann ich spüren. Fette Scrabby. Born you. Ich weiß, ich habe eh kein Brot, aber... Ach, Rommle. Göt' mir doch den Spass. Jupsi. Das hat ihn zwar nicht berührt, aber ich nehm's trotzdem dankend an. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es ist... Traurige Tatsache. Horn you, Horn you, Horn you, Horn you. Garten der Zentralbank. Auch schön. Hm. Das nervt's. Sieh noch, und zähl dein Gun. Wisst ihr was? Ich will jetzt ein bisschen mich richtig umschauen hier. Was ist zum Beispiel da? Ah, den können wir. Was ist zum Beispiel dort? Das können wir. Was ist zum Beispiel... Hier. Moses Bun. Interessant. Was ist dort? Münster, Hauptteil. Ah, das Bernermünster. Ja, da war ich auch schon mal davor. Ach, das ist dort! Ja genau, da waren wir ja auch schon. Das hier ist der Bernermünster Löschbrunn. Genau. So weit, so gut. Das haben wir da. Der Burga. Schön. Münster Ostpavillon. Ja, die Kehre ist gross. Geht das jetzt mal hier. Ich fühl mich einfach gedisst. Ein kleiner, armer Junge, wie ich es bin. Oh, weil ein Falschips jetzt benutzt. Werd ich auch mal gebahnt. Oh, ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin nicht traurig, ich sehe sie ein. Aber es nervt. Im Glück habe ich kein Glücks-Glückseier neu. Ist das sowas von vergeudet? Juhu! Pfff!